Ich heiße Dewiriske Oktarina, 22 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien. Ich habe Bauingenieurwesen und studiert. Ich glaube, dass Deutschland bietet viele Möglichkeiten für Ingenieure wie ich. Ich bin gespannt, um meine Karriere und mich selbst in Deutschland zu entwickeln. In Stuttgart habe ich einen Deutschkurs besucht. Ich habe auch interkulturelle Trainings gemacht. Ich habe einen Praktikumplatz gefunden. Ich kann es kaum erwarten, zu arbeiten. Ich möchte ein besseres Leben in Deutschland haben. Jetzt arbeite ich bei Asfalta, Ingenieurgesellschaft für Verkehrsbau in Falkensee. Ich habe mein Praktikum im Bereich Projektmanagement gemacht. Mein Chef war zufrieden mit meiner Arbeit. Nachdem mein Praktikum wurde ich eingestellt als Projekt Ingenieur. Alles ist sehr neu für mich. Ich mache meinen Arbeitsplatz, die Architektur und auch die Gemeinschaft in meinem Büro. In Indonesien gibt es immer Sommer. Aber Deutschland hat vier Jahre Zeit. Und ich hoffe, es wird neu. Und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!